So, Servus Freunde. Meine SSD ist endlich angekommen. Da ist sie. Ich habe erzählt gehabt, dass ich die Samsung SSD T7, also eine portable SSD von Samsung gekauft habe, um mein Mac Mini zu erweitern. In dem Fall die 1 TB Version. Und wir schnacken gar nicht lang rum. Wir packen das Teil mal aus, schließen es an, richten es ein und schauen mal, was das so taugt. Die Samsung T7 kommt in einem kleinen, leichten und sehr schlichten Cutung daher. Wie man sieht, handelt es sich hierbei um die 1 TB Version. Ich gehe davon aus, dass mir die eine sehr lange Zeit reichen wird. Die 1 TB Variante kostet bei Amazon ca. 150 Euro. Wer etwas weniger benötigt, kann sich noch die 500 GB Variante für ca. 83 Euro. Und wer noch mehr Speicherplatz benötigt, kann sich die 2 TB Variante für 293 Euro kaufen. Außerdem gibt es die Samsung T7 in der Farbe Rot, Blau und Grau. Ich habe mich in diesem Fall für die Graue Variante entschieden. So, dann schnappen wir uns mal das gute Bosch Messer, öffnen den Cuttons und holen mal raus, was sich da im Inneren befindet. Tja und welche Überraschung. Im Inneren des Cuttons befindet sich noch ein Cuttons, welcher auch sehr schlicht gehalten ist und nun hoffentlich die gewünschte SSD enthält. Nach diesem Aufpack Marathon darf ich endlich mein Objekt der Begierde in den Händen halten und mir fällt sofort auf, dass die Samsung T7 sehr leicht ist. Sie wiegt 85 Gramm. Außerdem ist die Samsung T7 relativ klein. Sie hat eine Länge von 85 mm, eine Breite von 57 mm und ist 8 mm dick. Auf der Vorderseite der SSD finden wir einen USB-C Anschluss, welcher USB 3.2 Generation 2 mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde unterstützt. Um an das Zubehör zu gelangen, hat es Samsung einem echt schwer gemacht. Man muss den Cuttons seitlich öffnen und kann dann die beiliegenden Kabel und die Bedienungsanleitung entnehmen. Es liegen zwei Anschlusskabel bei. Einmal ein USB-C auf USB-C Kabel und einmal ein USB-A auf USB-C Kabel. Das war's aber jetzt nun mit der Auspackerei. Jetzt schließen wir das Teil mal an und schauen, wie es sich am Mac Mini M1 so schlägt. Direkt nach dem Anschließen der T7 am Mac Mini ist sie auch schon im Finder auffindbar. Auf der SSD ist standardmäßig die Samsung Verwaltungssoftware abgelegt für Windows, Mac und Linux. Ich habe die Software auch installiert, aber leider hat die meine SSD nicht gefunden. Also er hat dauernd gemeint, die SSD ist nicht angeschlossen, ich soll sie doch bitte anschließen. Ich habe alles versucht. Ich habe das USB-C zu USB-C Kabel verwendet. Ich habe das USB-A zu USB-C Kabel verwendet. Ich habe von der Webseite die aktuelle Softwareversion runtergeladen. Die Software war nicht dazu zu bewegen, meine Samsung T7 zu finden. Daher kann ich leider auch recht wenig darüber sagen, was die Software bringt und was sie tut. Aber gut, ich meine, die ist sowieso mehr oder weniger unnötig, da die Festplatte auch ohne diese Software einwandfrei funktioniert. Viel wichtiger ist doch, dass die SSD auch die Leistung bringt, die ich mir erhofft hatte. Und das habe ich getestet, indem ich den Speedtest von Blackmagic Design verwendet habe. Und zum Vergleich habe ich natürlich zuerst mal die Geschwindigkeit der internen SSD SSD im Apple Mac Mini M1 getestet und die ist schon fantastisch schnell. Mit 2300 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit und fast 3000 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit ist die interne SSD natürlich absolut unschlagbar und wirklich brutalst schnell. Von der Samsung T7 habe ich mir so um die 7 bis 800 MB pro Sekunde erhofft. So zumindest ist sie bei vielen Reviews auf YouTube getestet wurde. Leider hat meine nicht ganz die erhoffte Geschwindigkeit erreicht, aber meine Güte, da handelt es sich um ein paar MB pro Sekunde, die absolut zu verkraften sind und ja, ich bin top zufrieden. Der von Samsung angegebene Wert mit knapp über 1000 MB pro Sekunde wird auf jeden Fall nicht erreicht. Um zu demonstrieren, wie viel das dann in der Praxis ausmacht, habe ich einfach mal einen meiner letzten Clips mit fast über 40 Minuten in Final Cut Pro gerendert. Zuerst seht ihr die Renderdauer auf der internen SSD und anschließend dann die Renderdauer auf der externen Samsung T7. Und wie man sieht, bei so einem langen Clip mit über 40 Minuten macht der Unterschied dann im Endeffekt auch nur knapp 5 Minuten aus und bei so einem langen Video ist es doch durchaus vertretbar. Ich habe anschließend noch ein Projekt gerendert, was knapp über 8 Minuten lang war, auch auf die interne und auf die externe SSD und da gab es dann kein Zeitunterschied mehr. Das zeigt also, dass der wirkliche Geschwindigkeitsvorteil der internen SSD nur bei sehr sehr langen Renderzeiten oder Kopierzeiten bemerkbar ist. Und das kann auch durchaus daran liegen, dass die Samsung SSD doch leicht handwarm wird, wenn man sie länger beansprucht. Zu guter Letzt habe ich noch eine gut 8,7 GB große Datei von der internen SSD auf die Samsung T7 kopiert und ich muss schon sagen, das geht verdammt flott. So Freunde, soviel zu dem Thema, zur Samsung SSD T7. Ich kann nur sagen, der Kauf hat sich absolut gelohnt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich hier 1 TB für 150 Euro bekomme und bei Apple für die Aufrüstung im Gerät direkt 230 Euro für nur 256 GB bezahlen müsste. Jetzt mal ohne Witz, da überlege ich nicht lange. Die Geschwindigkeit, lasst euch da nicht täuschen, ob das jetzt 700 MB pro Sekunde sind oder 1000 oder 2000, das werdet ihr im Alltag nicht merken. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein bisschen mit Final Cut Pro darauf gearbeitet, also direkt darauf geschnitten. Ich spüre keinen Unterschied. Also wirklich, ich habe die Projekte auf der internen SSD liegen, ich habe sie hier drauf liegen, ich habe in beiden Varianten hin und her geschnitten und es fluppt einfach. Auch Fotoverwaltung, ich teste gerade eine neue Fotoverwaltung, gibt es demnächst schon auch mal ein Video drüber. Aber es flutscht wirklich extrem gut. Und da kann man sich das Geld für eine interne Erweiterung wirklich komplett sparen. Und wem der TB nicht reicht, kauft 2 TB, kostet dann 293 Euro circa. Aber meine Güte, es sind 2 TB. Es gibt auch noch schnellere Geräte, es gibt noch die Samsung X5 heißt sie glaube ich, ja. Das ist dann eine Thunderbolt SSD, die macht natürlich dann am Endeffekt Geschwindigkeiten wie die interne, kostet allerdings dann das TB genau das Doppelte. Also ihr zahlt genau den doppelten Preis für den gleichen Speicher, muss man sich überlegen. Ich kenne das Gefühl gut, man will immer schnell, 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 schnell und googelt rum und erkundigt sich, schaut Reviews, macht und tut, damit man ja das Schnellste kriegt. Aber am Schluss siegt dann doch die Vernunft und man braucht eine gute Preisleistung und die ist bei dieser SSD absolut gegeben. Dann soviel zu dem Thema. Ich verlinke die SSD unten in Beschreibung. Wenn da irgendwelche Fragen zu sind, einfach fragen, haut rein, können wir klären. Bis zum nächsten Mal würde ich dann sagen. Bis zum nächsten Mal.